hallo leute und willkommen zu einer weiteren runde kursg auf map mirage ja Leute heute mal nicht so normal obwohl eigentlich ist ja auch nicht anders aber heute seht ihr mal wie ich wirklich normalerweise spiele also wenn ich gerade nicht aufnehme ich muss zugeben ich habe schon immer in des geos schon immer in meinen videos falls es eigentlich aufgefallen ist dann wisst es jetzt zwar jetzt habe ich links oben offensichtlich offen und ja Leute es tut mir leid für die Leute die gedacht haben ja das wäre legit aber es ist einfach nicht legit ich weiß meine settings sind ziemlich gut deshalb habe ich auch meine settings in die beschreibung gepackt könnt ihr gerne mal auschecken habe ich mit dem screenshot reingepackt der Client aus Spider-Man Rapture von Hayes hat den E-Release ich habe da eigentlich ganz gute settings gefunden und aufgefallen ist ja niemanden also sind die settings eigentlich ganz gut und gerade verkacke ich mit der Rod aber ja der Client merkte wahrscheinlich selber der geht schon ziemlich gut durch bei Gomme also da fällt nichts auf irgendwie bei Auto-Cheat und so ja das geht wirklich ganz ganz gut durch ja Leute ich muss ehrlich sagen endlich habe ich mal das Video gemacht denn denn es war immer so ein bisschen komisch dass ich immer so sagte ich bin legit und war halt die ganze Zeit und legit deshalb jetzt wisst ihr es dass halt ich einfach hecke und ja ich hoffe ihr schaut trotzdem noch weiter meine videos und da ist auch schon der letzte Spieler so und haben wir ihn heute würde ich sagen wir sehen uns gleich in der zweiten Runde so Leute dann willkommen in der zweiten Runde auf mit Endostropa natürlich wieder an legit da legit keinen Spaß mehr macht so jeder eigentlich invis-hackt nur halt keiner weiß es weil man es nicht wirklich merken kann ob wer invis-hackt oder nicht ihr habt das ja bei mir auch nicht gemerkt also warum solltet ihr bei den anderen merken werden gecleant aber ich komme weg ich hoffe Leute ich stehe das nicht zu sehr dass ich jetzt wirklich zum Hacker geworden bin haben wir kommt noch einer oh normalerweise hätte ich jetzt noch einen Hit bekommen aber ich habe extra gerade für die Aufnahme ein bisschen lower gestellt halt auch eine gute gute range muss ja mal ein bisschen bisschen höher stellen komm ok ja das ist halt nicht obvies Leute dafür kannst du nicht gebannt werden wenn ich im Mods backt gönnt euch diese Hits Leute der Kleine ist natürlich in der Verlagung verlinkt könnt ihr gerne downloaden so dann sind wir im DM jetzt muss ich kurz noch ein bisschen raggen so den holen wir uns jetzt oder halt den da mir egal oh diese range gerade am Ende ich habe gerade ein bisschen zu hoch gestellt am Ende ich habe mich gerade verdrückt am Ende aber egal ok dann haben wir die ganzen Leute ja Leute wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich über ein Like freuen und dann würde ich sagen Leute tschau bis zum nächsten Mal haut rein